Ja, und tschüss, Tor. Rüdiger ist der Advent. Denne, oh, ich hab, oh, ich hab bereits gelassen in der Fressur. Kann man hier Geld machen? Geld. Ist ja irgendwie alles möglich auf dem Server, ne? Ist ja gar nichts geschützt. Ja, aber viel so käten das nicht. Echt, hier haben wir es noch gar nicht ausprobiert. Doch. Echt? Ja, als erstes. Probier mal ausbauen. Ja, komm, Alter, du sagst, du hast das gemacht. Ja. Ja, weiß nicht, bei ihm hat das auf keinem einzigen Server funktioniert. Egal, wo wir kommen. Weil wir den neuesten Mord nur... Ja, aber ich will erst den Typen... Ja, komm, ich hol kurz Waffen. Ja, ich... Wie viel kostet ein Quad? 3.000... 3.000... 3.000... Gut, dann kann ich das damit schnell machen. 3! There is no formation! ja jetzt kann ich ja nicht mehr laufen das noch laufen hat sich auch kein waffenschein doch habe ich nicht ich rede nicht mit dem etwas geld bitte ich will es haben keine ahnung etwas noch ich hoffe das reicht hat sie mal der revolver umgehen warum oder bis hier ist der revolver voll in die frisse ich die erstmal meine rucksack so 61 schuss muss doch reichen oder was war das denn hat das gesehen was hier hatte mal ich weiß ja mal kurz nicht dass meine waffen ich hole eine von euch ab am besten mit dem mit der waffe wo bist du denn hier geradeaus durch die schrasse einfach weit davon aber am markplatz microphone muted ähm du bist mein waffen namen noch ne nee gleich hier ja das ist noch waffen namen du hast die waffe einfach in der stecker die waffe in dem auto schnell rein ich nehme es eigentlich auf passt vor du schießt ich muss das aufnehmen ich glaube erst mal ein geld bisschen machen noch also testen ob das funktioniert ok geht einfach gar nicht ne ich ich gehe zu ihm oh was ey guck dir die scheiße an lol wie schnell fristen der tank alter nein das ist wenn du zu oft geblitzt wirst was ein scheiß ja ich weiß aber dann werde ich noch einmal ne ich hab gar nichts mehr ich wollte was ich wurde wieder geblitzt ich hab kein tankler aber ich habe gerade keinen tank verloren ne komischerweise Vielen Dank.